Was willst du hier? Die mich verzaubert hat, sie ist klug, hat Charme und ihr Kuss ist warm. Bei all der Liebe gibt es ein Problem und das ist er, ihr Ex, der lässt sie nicht gehen. Jeden Tag steht er vor meiner Tür und mit starrem Blick nimmt er mich ins Visier. Es reicht jetzt, das hält doch keiner aus. Ich schmeiß sie einfach raus. Was willst du hier? Sie hat genug von dir, will dich nie wiedersehen. Drum lass sie endlich gehen. Was willst du noch? Mein Gott begreift das doch. Du kriegst sie nie zurück. Du hast kein Glück. Was willst du hier? Doch er ist stur, tut so, als gäbe es mich nicht. Und meine Wut zeigt sich in meinem Gesicht. Da ist ein Mann, der kämpft um seine Frau, die ihn nicht mehr will. Da hilft kein Goodwill. Sie sagt zu mir, zeig ihm, wie sehr du mich liebst und dass es für ihn keine Chance mehr gibt. Jeden Tag steht er vor meiner Tür und mit starrem Blick nimmt er mich ins Visier. Es reicht jetzt, das hält doch keiner aus. Ich schmeiß ihn einfach raus. Ich schmeiß ihn einfach raus. Was willst du hier? Sie hat genug von dir, will dich nie wiedersehen. Drum lass sie endlich gehen. Was willst du noch? Mein Gott begreift das doch. Du kriegst sie nie zurück. Du hast kein Glück. Sei ein Mann und fange endlich an. Zu akzeptieren, zu akzeptieren, wie es ist und dass sie dich schon vergisst. Was willst du hier? Sie hat genug von dir, will dich nie wiedersehen. Drum lass sie endlich gehen. Was willst du noch? Was willst du noch? Mein Gott begreift das doch. Du kriegst sie nie zurück. Du hast kein Glück. Was willst du noch? Was willst du noch? Was willst du hier? Untertitelung des ZDF, 2020